Wie dem auch sei, auf jeden Fall müsste sie jetzt eigentlich wütend werden können. Ja, nur dass man nicht gesehen hat, dass sie das jetzt kann mit ihren HW-Kameraden, die man sonst immer sieht. Ich habe immer die ganze Zeit auf das Bild gewartet. Ja, sie kann jetzt wütend werden, das heißt, uns gehört nur noch ein letztes Verbot tun und lassen, was man will. Und das müssen wir auch noch aufheben. Wenn wir jetzt in die andere Welt gehen, was ist dann? Wo kommen wir dann an, weil da ja der Krieg war und so? Ich überspringe das mal. Äh. Ein bisschen schneller. Ah, dann kann man jetzt hier rüber oder was? Gott, das Huhn, ey. Ja, geh mal hier rüber. Aha. Ein Pfeil? Hier saß er nämlich. Und das, das war's oder was? Äh. Vielleicht können wir mit dem Pfeil jetzt das Tor aufmachen. Na, jetzt wird's ja spannend hier. War, nein, ich wollte den Kaffee doch gar nicht. Ich wollte mit dem Pfeil eigentlich... Ich wollte mit dem Pfeil versuchen, das Schloss aufzumachen. Bestimmt geht das auch und ich bin so doof und trink den Kaffee. Ja, ich mach's nochmal eben schnell. Tut mir leid. Sehr viel passiert. Sehr viel Sequenz. Sehr wenig Zeit dazu, was zu sagen. Ähm... Nochmal den Pfeil bitte am Gittertor. Das heißt, sie muss nochmal ins Rollenspiel gehen? Die Tür war fest verschlossen. Na, nochmal? Es war eine Lilly... Okay, sie muss ihr Geschick irgendwie... Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Okay. Ja, Schluss mit Fall. Gut, dann kann ich da jetzt nicht viel machen, glaube ich. Dann nehme ich tatsächlich jetzt nochmal den Kaffee. Und muss vielleicht in der wirklichen Welt, in die wir jetzt wieder zurückkommen, das Geschick erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich noch Rollenspiel mit den anderen machen will. War jetzt auf Toilette und das war alles ein bisschen viel für sie. Mal gucken, was die anderen sagen. Sind die überhaupt noch da? Ja, moin. Leute. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz hot, Motigur steht in deiner Schuld. Okay. Und du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Oh Gott. Aber wir dürfen, ne? Wir dürfen wütend werden. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Danke, Petra. Drogelbecher. Drogelbecher kann wieder nicht mehr reden, obwohl es vorher schon ging. Ja, dann sind wir hier durch, oder was? Können wir denn jetzt hier der Dingens ein bisschen helfen mit dem Stricken? Ja, spitze Gegenstände. Können wir noch mehr blauen Stoff von ihr bekommen? Weil wir müssen auch unser Geschick irgendwie erhöhen können. Ja, bei ihm hier glaube ich nicht. Bei ihm doch nicht. Da. Gib uns noch mehr Stoff. Achso, dann müssen wir uns natürlich erstmal wieder verkleiden. Verkleiden. Ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Am, 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 am. Die Arme. Die Arme. einfach mal nur die arme ja gut dann gut ja wir haben noch keinen blauen stoff können mit dem geisterkostüm passiert noch was wenn wir das noch mal machen ich habe gerade eine herrungenschaft dafür bekommen dass wir uns den gesang angehört haben ich stricke für den ich stricke schade okay dachte vielleicht singt sie ja noch was lustiges oder so ja wir könnten jetzt noch mal zu habe geschickt mit der stricknadel hier gittertür nein ja komm habe ja ich habe es vergessen blöde spitze gegenstände bis später nervt mich nicht aber wütend werden müssen wir bestimmt auch noch irgendwo anwenden lily beschloss das schloss mit hilfe der stricknadeln zu knacken und wieder hatte lily ihre unfähigkeit bewiesen es war eine schande lily war einfach nicht geschickt genug überall fehlt uns das geschick sie ist auf der anderen todesseite nicht geschickt sie ist hier nicht geschickt wie können wir denn unser geschick verbessern kannst du das wieder kannst du wieder mitnehmen vielleicht hatte die ob lily wusste jetzt hatte lily doch tatsächlich ob es lily mochte nabeln einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem haushaltsunterricht mitgenommen sie verwahrte sie sicher in den ritzen ihrer matratze und holte sie nur nachts heraus wenn alle anderen schliefen wie unanständig ja will denn jemand vielleicht ein geisterkostüm haben vielleicht der herr mantel oder so oder müssen wir bei den anderen nee die wollen ja auch irgendwie mit uns nichts mehr machen kann jemand für uns das hier irgendwie stricken oder so können wir jemanden der das machen kann ich den mal vergessen können wir vielleicht bei dem habe was anwenden stricknadel habe geht das nein das geht nicht geschickt 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 da wird es nicht sein bei ihr wir sollen ihr helfen aber ich glaube mit denen sind wir glaube ich auch fertig würde ich sagen vielleicht noch mal doch bei einem herr mantel aber der hat uns ja auch schon geholfen gehabt eigentlich und dann vielleicht doch noch mal in die andere habe welt gehen vielleicht muss ich da ja mein geschick irgendwie verbessern ich versuche es noch mal jetzt bei einem mantel aber aber ich glaube nicht dass wir da mit dem weiterkommen nein danke ich bin ich hoffe nur ist bekommt ja langsam hunger ich hoffe nur ist bekommt was war beim ist beim dach noch was ist der man jetzt für immer weg können wir den irgendwie finden irgendwo unten draußen keine ahnung ne ne glaubt da haben wir pech der ist hier nicht können bei der laterne noch irgendwas machen die idee war gut okay dann gehen wir wieder zurück wüsste jetzt nicht was wir machen können pizza bestellen telefon wir haben eigentlich ganz viel schon geschafft ich glaube das sind jetzt echt noch die letzten schritte übrig war eigentlich nur geschickt lernen und ich könnte mir vorstellen dass es sich verbessert wenn wir halt der miran ja helfen aber wie kriegen wir noch eine pizza zweimal am tag pizza zu bist nur game designer aber wir haben jetzt keine pizza mehr sein können dass wir eine neue kriegen rollenspiele und ich weiß nicht was wir da aber denen machen sollen wir dürfen wütend werden supergirl ich ja wo bringt es denn mal was wütend zu werden vielleicht wirklich auf der anderen seite so mäßig es mit langsam egal ich will das jetzt aber aufkriegen ich gehe noch mal in die habe welt wenn wir es hier schaffen mit dem geschick erhöhen und schaffen es ja auch in der realen welt also ich glaube das ist so meistens ja wie komm wird mal wütend es war ein lilly war ein nicht geschickt genug lilly fand es etwas kli aber einen bösen brief an rennen das hatte irgendwas muss hier noch sein was muss ich doch machen können kann man hier noch weitergehen irgendwie ne zusammen im stuhl irgendwas können wir irgendwie von ja kommt man bestimmt von höhle zu höhle wieder damit man am ende hier da rein tuten kann in die triller riesen pfeife da das gibt es doch nicht mach doch mal die tür war fest verschlossen warum warum wollen dann immer die würfel wir spielen doch gar nicht mehr dachte ich das doofe Huhn wozu soll das denn gut sein das hatte endgültig kaputt ja ich habe keine ahnung es gibt hier nichts was man machen kann ich bin verwehrt da sind wir wieder geht mal aus für sie nie rein und ich will eigentlich zu den rollenspielleuten wir müssen uns doch irgendwie helfen können adrian du bist wahrhaftig ganz ja toll komm stricknadel du bist wahrhaft ganz oh rollknall probiere sie nur wonach dir der sinn steht erfahrungspunkte gibt es nicht frag doch peter der hat noch welche übrig also dann soll der uns helfen mit dem zeug hier nein danke wenn es nicht meine würde ist die du mir genommen hast passe ich deine würde ich muss mal spitze gegenstände und schmeckert er gleich wieder mit der nadel mir deucht ihr habt noch nicht oft rollenspiele gespielt es ist ganz leicht alles was man dafür braucht sind würfel stift papier ein mangel an sinn für produktivität und ganz viel fantasie und pizza natürlich danke drogi wie können wir denn mal mit ihm hier peter ich soll erfahrungspunkt ausdruckstanz gibt es kein talent wie peters zaudern machte lily wütend am liebsten hätte lily im doch etwas hielt du zurück dann lassen wir das doch mal dann sitzt sie jetzt richtig wütend bei peter und rastet mal so richtig aus jawoll du hast ja recht ich erhöhe einfach schlösser knacken und damit hat es sich einfach mal aufs maul behalte du ruhig den charakterbogen ich will nichts mehr damit zu tun haben ja der hat doch voll die zähne verloren dann können wir die noch einsammeln ah schön so lily wünschte sich sie wäre so geschickt wie ihr neuer rollenspielcharakter dann machen wir das doch einfach mal oh aber was weißt du soll also ich raste bei dir bald aus habe vielleicht hatte die obere lily wo wie können wir denn mal den charakterbogen anwenden können wir das ja mit dem können wir glaube ich nichts mehr anfangen war hier noch irgendwas nein so ich husch jetzt noch mal schnell zur tür hier charakterbogen können wir den denn mal sollen wir den schon wieder lochern oder gab es irgendwo ein stift lily wünschte sich sie wäre so geschickt wie ihr neuer rollenspielcharakter komm kannst du das nicht einfach da anwenden lily wünschte sich in hot motigor wäre so ein schloss jetzt kein problem mehr für sie bringt uns das bei ihr was weiß ich nicht dem erzähler verging lang tatsachen dem erzähler tatsachen ne wir haben keinen stift irgendwie ne den braucht sie den überhaupt damit wir den da irgendwie weiß nicht ich hätte jetzt gedacht dass sie das einfach einträgt und zack hat sie mehr geschickt oder so bei ihm mit 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 das funktioniert bringt überhaupt nichts nein gibt es hier irgendwie einen stift irgendwo kann ich das jetzt hier da ili dachte darüber nach aber sie hatte gelernt solch zumindest wenn kann Stift, Leute, Stift. Ob ich hier irgendwas übersehen? Kann mir jemand helfen, bitte? Wir haben ihm doch schon eine gescheuert. Das kann doch nicht sein. Können wir nochmal? Komm. Wir können ihm jetzt immer schön eine reinhauen, ne? Und nochmal. Und nochmal. Ich finde, das hat der Peter auch mal verdient. Kommt da mal so ein bisschen raus. Kriege ich dafür eine Errungenschaft? Dafür, dass du immer hier eine geklatscht kriegst? Okay. Gut. Ist jetzt einfach mal so. Ich komme hier gerade nicht weiter mit meinem blühen Charakterbogen. Ich hätte es irgendwie kombinieren. Lilly wünschte sich sie. Vielleicht hatte die Lilly... Aber Lilly... Was weißt du schon? Also bis später. Bis später, Habe. Wir haben jetzt den Charakterbogen. Vielleicht hilft der ja in der anderen Welt. Jetzt, wo wir den haben. Und wenn du sauer wirst... Sind wir schon. Gut, dann müssen wir zu Habe. Anders geht das ja nicht. Oder? Habe ich jetzt schon zweimal versucht. Das hat trotzdem nicht geklackt. Wugi, Ugi. Wugi, Ugi. So, wenn das jetzt nicht... Also... Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Tatsächlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lili den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Ja, und da sind wir auch doch noch durch das Tor gekommen. Okay, wir brauchten also nur den Charakterbogen und dann hat es auch geklappt. Alles klar. Willkommen zurück. Wir kennen den Gang. Wir sehen uns im nächsten Part von Harvys Neue Augen, Leute. Und sind gespannt, was weiter passiert. Bis dann.